Hallo, grüßengliebe Leute! Ich bin's, der Luis. Wir möchten heute 10 Tipps und Tricks zum sicheren Bergwandern geben. Tipp 5. Trittsicherheit ist der Schlüssel. Laut Unfallstatistik passieren die meisten tödlichen Unfälle beim Bergwandern in Folge von Stolpern und Ausrutschen, vor allem beim Abstieg. Bleib also aufmerksam, konzentrier dich in gefährlichen Passagen auf deine Schritte und achte darauf, keinen Steinschlag auszulösen. Wanderstöcke können Sicherheit geben, wenn sie richtig eingesetzt werden. Wenn du müde wirst, dann reduziere dein Tempo oder leg noch eine Pause ein. Tja, mit vier Haxen tut man sich halt auch viermal leichter. Das nenne ich Risikomanagement. Ich bin. Ja. 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 Kamera. Ja. Schon im mass shell. Du nur mass覺. Die erste Energie. Ja.